... Ach, es kommt gar kein Intro. Okay! Hallo und willkommen zu meinem neuen Projekt. Golden Sun. Empfohlen wurde mir das Spiel schon von mehreren. Da hab ich mir gedacht, okay! Legen wir los. Die Musik ist wunderschön. Ah, schön. Isaac. Okay. Isaac, wach auf. Bitte, mein Schatz, wach auf. Wieso? Erdbeben! Der Felsen vom Alefberg fällt ins Tal. Okay. Komm schon, Isaac, wir müssen los. Sofort! Hallo, steh auf, faunes Kind. Okay. Isaac, du hast etwas vergessen. Draußen schittet es. Du solltest nicht ohne deinen Mantel gehen. Okay. Hast du alles, was du brauchst? Nein. Es tut mir leid, aber wir haben keine Zeit. Du wirst leider darauf verzichten müssen. Wieso fragst du mich dann? Isaac, Dora, schnell! Der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Oh nein. Das Spiel ist übrigens blind für mich. Kompletto tuti. Es regnet. Na toll. Kyle! Glaubst du, dass sie den Felsen aufhalten können? Oh, er schüttelt den Kopf. Oh nein. Ich glaube nicht. Zumindest nicht für lange Zeit. Ihr zwei geht voraus und sucht Zuflucht am... Zuflucht am Dorfplatz. Kommst du denn nicht mit? Ich muss dabei helfen, die anderen Dorfbewohner zu evakuieren. Lass mich dir helfen, Kyle. Das ist zu gefährlich, Dora. Bitte geh und kümmere dich um Isaac. Isaac ist alt genug, um alleine bis zum Dorfplatz zu gehen. Du kommst doch alleine zurecht, oder, Isaac? Nein? Du bist doch schon ein großer Junge, Isaac. Warum gehst du denn nicht alleine? Nein! No, man muss ja drücken. Okay. Du kennst den Weg. Geh einfach in Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Aber sei vorsichtig. Ja, klar. Jetzt würde ich jetzt zum Dorfplatz gehen. Ich habe gesagt, ich habe was vergessen. Kann ich... Oh. Isaac untersucht den Topf. Aha, okay. Das ist Psynergie. Keine Psynergie. Oh. Okay, okay, okay. Details. Oh, cool. Psynergie-Punkte. KP-Punkte? Erfahrungspunkte? Level. Normal. Ich habe keine Psynergie. Was ist Psynergie? Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier was finden. Soll ich mal in mein Zimmer gehen? Isaac untersucht das Regalty. Ah, die Legende vom Aleph-Berg. Hier steht, dass der Name vom Ursprung aller Dinge abgeleitet wurde. Ah, wie heißt denn der Ursprung aller Dinge? Aleph oder was? Der Abdebt. Verbessere deine Psynergie. Setze sie nicht für üble Zwecke ein. Ich muss niesen. Ich will nicht niesen. Wie findet ihr den Rahmen? Schön oder scheiße? Du dürft ruhig ehrlich sein. Ich will da rein. Ja, mach halt die Tür auf. Oha! Wie? Isaac? Bist du gekommen, um mich zu holen? Äh, ja? Oh, ich wollte dich nicht drängeln. Nun, wir sollten besser zum Dorfplatz aufmachen. Ach so. Wir sollten uns besser zum Dorfplatz aufmachen. Bevor wir Bekanntschaft mit dem Felsen schließen. Okay. Ich komme gleich. Du hast ja ein kleines Haus. Hallo? Ein Regal. Wie man ein Dorf aufbaut. Äh. Ach so, die Tische kann ich nicht angucken. Ich gucke halt mal das Fass an. Nichts. Keine Ahnung, ob es da was wichtiges gibt. Kann ich irgendwie schneller rennen? Auf L? Oder auf R? Mach ich gar nichts. Hach. Was? Ja, toll. Wie soll ich jetzt zum Dorfplatz kommen? Typ! Der eine Typ, we-weißt du? Weißt du? Wisst ihr? Der eine Typ, der da... Ach so. Jetzt kann ich hier runter... Na klar. Voll realistisch. Ja, toll. Hier ist ein Baum. Hä? War da noch ein anderer Weg? Ich hab keinen anderen Weg gesehen. Oh, was machst du denn da? Hallo, du hast dein Gesicht. Du bist wichtig. Hi, na? Isaac! Was willst du? Ich versuche, meine Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Lass sie stehen, du Trottel. Wie? Du willst, dass ich mein ganzes Zeug einfach im Stich lassen soll? Ja? Du meinst, dass ich einfach alles im Stich lassen soll, um mein Leben zu retten? Ja. Du hast recht. Okay, lass uns von hier verschwinden. Garrett gehört nur zum Team. Hat Garrett eine Psynergie? Ich muss rausfinden, was Psynergie ist. Hallo. Typ. Keine Psynergie. Na toll. Warum nicht? Wir sollten nicht nach Norden gehen. So gelangen wir genau zum Alephberg. Da wollen wir ja weg. Der Dorfplatz... Äh... Der Dorfplatz geht es nach Süden. Ja, hm? Zum Dorfplatz geht es da entlang. Wir müssen nach Süden. Ja. Ja. Ah, der Felsen! Er fällt! Magier! Haltet es auf! Äh... Er ist zu schwer. Wir können ihn nicht länger aufhalten. Vale wird zerstört, wenn unsere Psynergie verbraucht ist. Wir müssen durchhalten. dass alle Dorfbewohner in Sicherheit sind. Ja, toll. Der eine Typ hört einfach auf. Bist du bekloppt? Schnell, Jungs! Lauft! Noch ein kleines Stück. Äh... Komm schon, Isaac. Lauf! Der Felsen kommt. Okay. Ihr seid fies! An diesem Felsen kommen wir nicht vorbei. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, na gut. Hallo, Felsen. Hallo, noch mehr Felsen. Ein Toter! Gehen wir unten lang. Nein, nein, Spaß. Hallo! Steinschlag. Der Zaun. Überall. Monster. Hallo? Ich bin schwer verletzt. Glaubst du auch, dass ich sterben werde? Nein, du schaffst das. Du packst das und ich bring dir Medizin, okay? Das ist schrecklich. Ich muss zurückbleiben und die Monster werden. Hi, na? Warte. Das ist ja komisch. Ich bin gar nicht verletzt. Wer bist du denn? Spacko. Aber die Sache mit den Monstern ist nicht gelogen. Seid vorsichtig auf eurem Weg zum Dorfplatz. Okay, tschau. Trottel. Wer war das denn? Alter. Blitz! Oh mein Gott! Alter, ein Gegner! Weißmaus. Team von Isaac greift zuerst an. Kämpfen. Rückzug. Status. Kämpfen. Angriff. Synergie. Item. Verteidigung. Angriff. Rauch da. Und du auch. Okay. Rundenbasiert also. Weißmaus nimmt neun Schaden. Und Garrett weiß, dass neun Zehnschaden. Okay. Button Smashing zum Sieg. Zwei Punkte und zwei Münzen. Hallo? Ist da jemand? Kann ich echt nicht schneller laufen? Fledermaus erscheint. Los! Oh, das war ein kritischer Treffer. Schön sieht das aus. Cool. Also pro Gegner einen Punkt und eine Münze. Alles klar. Erstmal gucken. Oh. Pilz hier. Pestpilz. Die nennen ihre Gegner echt Pestpilz? Hä? Dürfen die gar nicht angreifen? Ach doch jetzt. Zwei Punkte und vier Münzen. Ah, schön. Stärkere Gegner. Äh. Na toll. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht da unten laget soll. Macht das einen Unterschied? Oh nein! Mein Bruder! Oh nein! Halte durch, Felix! Felix wird es schon schaffen. Wir werden einen Weg finden. Wie kannst du vor wie am Dorfplatz sein? Ihn zu retten. Äh. Nein! Felix! Das Seil reicht nicht. Wir sollten Psynergie einsetzen. Könnt ihr euch noch konzentrieren? Ich habe all meine Kräfte verbraucht. Wie steht's mit dir, Kyle? Ich bin völlig ausgezehrt, weil ich den anderen Dorfbewohnern geholfen habe. Dora? Wir müssen Hilfe holen. Ob Felix noch durchhält, bis wir jemanden gefunden haben, der uns hilft? Es gibt nichts, was wir hier für ihn tun können, oder? Äh, ja? Dann geht und holt Hilfe, aber so schnell wie möglich. Jenna, kannst du auch mitgehen? Du wirst noch Hilfe holen, oder? Dein Bruder zählt auf dich, Jenna. Jenna? Also gut, lass uns gehen. Ich dachte, die gehen in dein Haus, okay. Ich gehe nach Norden. Du gehst in Richtung des Dorfplatzes, ja? Sofort! Ich suche nach jedem, der noch Psynergie in sich hat, ja? Hallo, Mom. Isaac! Hast du gesehen, was gerade geschehen ist? Ja? Du musst Hilfe holen. Nein, ich muss Hilfe holen, bevor Felix ertrinkt. Oh, Mina. Ähm, würdet ihr mir bei der Wille wohl helfen? Äh, ja? Jenna ist im Dorfplatz gelaufen, um Hilfe zu holen. Ihr solltet ihr folgen. Okay, aber erst will ich gucken, was auf der anderen Seite ist. Hä? Bestimmt ein Stein. Lass mich raten. Aber hier ging es ja auch mal runter. Ach so. Okay. Kann ich irgendwie rennen? Ich will rennen. Oh, ich kann rennen. Wuhu. Seht ihr es? Langsam. Schnell. Yeah. Auf dem Weg noch oder so. Yeah. Wuhu. Äh. Oh, Stein. Warum? Äh. Jenna, ich komme. Nachdem ich mit deinen Familienmitgliedern gesprochen habe, sofort. Meine ich natürlich. Hallo, ihr da. Oh, Isaac. Ihr beide habt nicht genug Synergie, um Felix zu helfen. Geht und sucht Hilfe. Ich hab doch gar keine Synergie, oder? Halte durch, Felix. Hilfe ist schon unterwegs. Lass nicht los, Felix. Ja. Felix, halt dich fest. Ich hol so schnell, es geht Hilfe. Hust, Hust. Oh. Oh, cool. Oh, cool. Ich laufe unter der Brücke durch. Yeah. So was mag ich total gerne. Boah. Hier sind auch Gegner. Okay. Ich glaube, die Fledermaus ist stärker als die komische Maus da. Deswegen gehen wir zuerst auf die Maus los. Äh, auf die Fledermaus. Aber die hat mehr abgezogen, oder? Wie, die schützt dich. Lass das gefälligst. Ah, okay. Verstehe. Da ist ein Felsen, also gehen wir nach rechts. Hui. Ein Tarpf. Hallo. Ich suche Synergie. Ist hier jemand? Ein Bücherregal. Lest das Büch? Nein, nicht das Fass. Das Bücherregal. Die Gesetze von Vale. Hier werden Vales Gebräuche beschrieben. Verlasse das Dorf nicht ohne Erlaubnis. Zeige niemals Fremden deine Synergie. Okay. Da kann ich nicht rein. Ich will aber... Hallo? Einer mit Synergie? Hallo? Isaac untersucht das Regal. Isaac untersucht das Regal. Die Macht der Natur. Diese Mächte, jenseits menschlicher Vorstellungskraft, zeigen sich in Vulkanusbrüchen und Größen... Größenflüten. Ja. Achso, was ist eigentlich auf Select? Achso, mein Menü. Pass auf. Speichern. Schlafen. Einstellungen. 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 Ich will irgendwas Grünes. Wo seid ihr alle? Die Synergie-Steine. Die Synergie wird immer wieder aufgeladen, wenn ein solcher Stein berührt wird. Berührt? Mhm. Das hast du mich gar nicht berührt. Das ist alles eine Illusion. Hallo, du komisches Mädchen. Wo bist du? Oh. Hier sind Menschen. Ich hab Menschen gefunden. Jenna ist da entlang gegangen. Wo lang? Na da lang. Ja wo denn lang? Ja da lang! Dummes Kind. Hallo. Ich raub auch einen Laden aus, okay? Wie du kannst nichts finden? Da sind tausend Schwerter drin. Oh man, Isaac. Hallo. Ein Toter! Oh. Ich bin total erschöpft. Die fallen den Felsen auf, so halt in meine gesamte Synergie verbunden. Was ist Synergie? Wie? Fragst du mich etwa, ob ich Synergie einsetzen kann? Ja. Wäre ich nur zehn Jahre jünger, hätte ich viel anzugehen. Aber ich bin leider zu alt. Hallo, Lady. Du erwartest von einer alten Frau wie mir den Einsatz von Synergie? Verlange nicht das Unmögliche! Du Bengel! Entschuldigung. Ich bin hilflos und verzweifelt. Du bist doch jung! Hi, Lady! Oh, der kleine Felix ist in den Fluss gefallen. Deshalb sagt Jenna so aufgeregt auch... Ja, du sollst Synergie einsetzen! Trotteline. Hallo, Menschen? Warum gehen alle Menschen aus ihren Häusern? Ach ja, ich kann ja rennen. Wieso laufe ich die ganze Zeit so langsam? Weil ich es vergessen habe. Was ist das denn da? Ein Nichts? Okay. Ich fühle noch etwas Synergie in mir. Na dann. Oh. Siehst du? Ist das nicht beeindruckend? Nein. Denn das reicht nie im Leben. Geh, du helf dem Ältesten. Der Felsen ist so schwer, als dass sie ihn noch länger halten können. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Fels in unser Dorf zerstört. Lasst uns den Ältesten helfen. Wir zählen auf euch. Ciao, ihr Typen. Großvater. Ach was. Das ist dein Großvater? Okay. Großvater! Jenna! Garrett! Isaac! Seid ihr hier, um mir zu helfen? Yo. Jenna hat mir von Felix berichtet. Seid ihr deswegen hier? Yo. Brave, Jungs. Jenna kann jede Hilfe brauchen. Großartig! Ich bin wieder voll aufgeladen. Wie steht's bei dir? Hast du deine Synergie wieder aufgeladen? Hallo? Der hat gerade tausend Jahre rumgeschrien? Genug, um Felix zu retten. Die Synergie... Ach so, nein. Das sagt gar nicht der Älteste. Oh. Genug, um Felix zu retten. Synergie, Stein, sei Dank. Na dann, Abmarsch! Okay, Jenna. Du hast ihn gehört. Jetzt schnell zurück. Okay. Der Weg ist vielleicht von Felsbrocken versperrt. Ihr zwei könnt ihnen den Weg zeigen. Okay. Danke, Isaac. Das ist ein Rennen gegen die Zeit. Ihr müsst euch beeilen. Okay. Aber zuerst möchte ich einen... ...inzeln. Oh, ein Bücherregal. Etikette für Reisende. Es ist unhöflich, sich nicht beim Bürgermeister vorzustellen. Ja? Also, merkt euch das? Immer wenn ihr in eine fremde Stadt kommt, müsst ihr euch zuerst den Bürgermeister vorstellen. Ansonsten werdet ihr unfreundlich empfangen. Ich will da lang. Oh. Warum willst du nicht mit mir reden? Du bist blond. Okay, schnell zurück. Kann ich die jetzt sehen? Habe ich die jetzt dabei? Nein. Oh, wieso nicht? Das Mädchen hat ein Gesicht. Die ist bestimmt wichtig. Also soll sie auch mit mir kämpfen können. Los, da ist er. Seht ihr ihn? Mama! Papa, wir sind wieder da! Bist du das, Jenna? Hallo, Dora. Ja, ich bin's. Ihr konntet... Ich konnte niemanden finden, der uns helfen würde. Wie ist es euch gegangen? Doch, wir haben den Typen da. Der ist super stark. Du kommst gerade rechtzeitig. Dann ist mein Bruder noch immer... Felix geht es gut. Er hält tapfer durch. Komm her, damit wir Felix retten können. Schneller. Ich nehme schon 20 Minuten auf. Was passiert denn jetzt? Hallo? Oh nein! Der Riesenfelsen! Sie konnten ihn nicht mehr halten. Mein Emulator hängt. Nein, doch nicht. Okay. Was ist das? Schatten? Oh nein. Oh nein! Die Lady! Und die Jungs! Und... 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 Felix! Felix! Oh mein Gott! Kann ich mich bewegen? Ja. Okay. Oh mein Gott! Wie brutal das Spiel ist! Felix! Der war ein Kind, Mann! Okay. 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 Ich will mich jetzt beruhigen. Ihr müsst euch jetzt auch beruhigen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und tschüssi! Vielen Dank.